Und dann geradeaus weiter. Ein bisschen links über die nächste Rampe. Geradeaus jetzt, rechts, rechts, rechts. Links hoch. Zu mir. Sehr gut, passt, optimal. Kannst rausziehen. Und hier so hoch wie möglich. Und dann nach rechts. Und dann auf die Rampe zu. Ziemlich rechts anfahren. Und dann kommt in fünf Meter ein Loch rechts. Da musst du rein. Langsamer rechts. Jetzt kommt das Loch. Gut, Anhängerkupplung ist auch kein Problem. Das geht, ja. Weil die ist normalerweise das, was kommt. Ja. Das geht, ja.